Die werden wohl hier jetzt immer die Landschaft verunschändeln. Verunschändeln, ist das ein Wort? Einen wunderschönen guten Morgen aus Teneriffa. Wir sind auf dem Weg zum Frühstück und ich habe schon den ersten Schruck hinter mir. Ich bin nämlich aufgewacht. Ich war schon um sieben wach, als ich ein grünes Frühstück gefüttert habe und dann wollte ich mich eigentlich fertig machen, aber dann bin ich nochmal eingeschlafen und dann bin ich wieder aufgewacht. Und die einzige Uhr, die ich hatte, war die von meinem Kindle und die hat 9.44 Uhr angezeigt. Und ich dachte wirklich, es wäre 9.44 Uhr und es gibt nur bis halb elf Frühstück. Und dann habe ich gesagt, oh nein, oh nein, habe Christian wach gemacht. Völlig wahnsinnig, bis mir dann eingefallen ist, dass ich die Kindleuhr natürlich nicht umgestellt hatte. Und es eine Stunde früher war und deswegen waren wir gar nicht so spät dran. Jetzt geht es auf jeden Fall zum Frühstück. Das Frühstück war wie immer super lecker. Was ich hier ganz toll finde beim Frühstück, sind die frisch gepressten Säfte, die man hier bekommt. Die machen die ganz frisch und es gibt immer verschiedene Sorten. Und jetzt... Happy Hour ist übrigens von 17.30 Uhr bis 18.30 Uhr. Wunderbar, dann können wir ja heute Abend wieder ein bisschen verrückt spielen und vier Gin Tonic trinken oder so. Aber ich glaube, ich trinke heute Abend dann eher ein Mojito. Da habe ich mich jetzt los drauf. Nein, ich will keinen Doppelten mehr trinken. Und Christian möchte keinen Doppelten mehr trinken. Na ja, mal schauen, wie das heute Abend aussieht. Ich habe ja Nachtdienst. Also bei mir ging das heute Nacht echt gut. Also ich kann mich nicht beschweren. Jana war um Viertel nach neun im Bett. Ja, ich habe gut geschlafen. Aber der Kleine auch. Alles ist gut. Also na ja, auf jeden Fall gehen wir hier zur Rezeption und mieten unser Auto für die nächsten Tage. Und was machen wir noch genau? Wir wollten noch fragen, weil wir halt eben mehr diesen Wanderweg laufen wollen, diesen an der Küste entlang. Es gibt jetzt allerdings einen, der nach Osten geht und es gibt einen, der nach Westen geht. Und wir wissen nicht, welcher schöner ist. Und da wollen wir jetzt mal nachfragen, weil es geht aus unserem roter Wanderführer leider nicht hervor, welcher da der schönere ist. Ähm ja, der liegt da unten im Kinderwagen, glaube ich. Ich glaube, ich habe ihn eingepackt. Ja, da ist er. Alles gut, wir haben ihn dabei. Ja genau, und dann müssen wir noch schnell zu einem Supermarkt, weil wir haben bald keine Pampers mehr oder nicht mehr genug. Und deswegen müssen wir da uns um den Punkt kümmern. So, Auto ist reserviert ab morgen für drei Tage und wir haben uns jetzt entschieden, dass wir den Wanderweg Richtung Ost-Westen nehmen. Und der soll landschaftlich wohl schöner sein. Und jetzt machen wir uns noch eben auf den Weg zum Supermarkt. Der ist auch hier um die Ecke und dann geht's dann los. Wir haben Pampers gefunden, die heißen hier allerdings Dodo. Und wir sind jetzt noch auf der Suche nach Wasser und erkunden währenddessen mal den Rest vom Supermarkt. Ich finde das ja immer total spannend, in fremden Ländern im Supermarkt zu sein. Oh, Oliven! Mega Gläser Oliven! Riesengläser Oliven! Hier kann man sich Orangensaft abfüllen. Da sind extra da so kleine Flaschen. Und da kann man das dann reinmachen und dann kann man das mitnehmen. Das ist echt cool. Ganz viel Olivenöl gibt's hier. Mega cool. Das ist bestimmt viel, viel besser als das, was es bei uns in Deutschland gibt. Und vor allem viel, viel günstiger. Die haben hier ein sehr interessantes Kassensystem. Der Mann an der Kasse, der muss den Schein einfach nur in den entsprechenden Schlitz schieben. Und dann kommt vorne an diesem roten Ding, kommt dann das Wechselgeld raus, geklimpert. Ich zeige mal gerade, wo wir herlaufen. Also wir werden hier ungefähr starten, am Westende von Porto de la Cruz. Und dann werden wir hier an der Küste entlanglaufen. Sehr wahrscheinlich erstmal bis hier. Und in der Wanderer Beschreibung steht dann drin, dass man das, wenn man möchte, noch bis hier, bis nach San Juan de la Rambla verlängern kann. Aber das müssen wir mal gucken. Das ist eine ziemlich lange Strecke. Ob wir das machen, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall wandern wir bis hier. Wir haben uns jetzt mit dem Taxi hierher bringen lassen. Und der Taxifahrer war ganz schlau. Der hat uns nämlich schon am Ende vom Wanderweg aus, dass wir nur noch zurücklaufen müssen. Weil wenn wir nämlich später hier angekommen wären, wären wir von hier nicht wieder weggekommen. Macht Sinn. Da wollen wir hinlaufen. Da wollen wir hinlaufen. otest. Das Schlepp benevolent hatte. Da wollen wir hinlaufen. Auch wenn wir ja nicht machen wollen können. Da haben wir angekommen. ACC richtig große wurzeln von dem riesen baum hier bis jetzt gefällt uns der wanderweg richtig gut das ist hier voll schön die ausblicke sind super schön und überall knistert und knackt weil es überall kleine geckos oder echsen gibt die sind hier in echt in jeder ritze versteckt und ja die temperaturen sind gerade perfekt also jetzt im moment ist das wetter einfach super ich glaube auf den kanalen ist sowieso eigentlich immer eigentlich recht angenehm hier geht es jetzt mal ein stück bergauf und es ist quasi fast windstill und die sonne brennt da unten sind wir hergekommen und dann ging es hier entlang und dann immer bergauf und jetzt sind wir gerade von da hier oben angekommen und jetzt geht es noch mal ein kleines stückchen hier bergauf wir haben gerade zwei richtig typische amerikaner getroffen beide natürlich richtig fett und die haben dann da gesessen und sagten dann zu uns als wir her kamen und ich habe gesagt und er hat dann seiner wasserflasche genuckt und war völlig fertig mit der welt also es ist hier jetzt wirklich kein besonders schwerer wanderweg aber mit dem körpergewicht natürlich kein wunder dass er da völlig am ende ist und Musik Wir haben den Weg verloren. Also das war das Ende vom Weg. Wir wissen nicht, wo wir jetzt hingehen müssen. Wir laufen jetzt mal die Straße wieder zurück. Irgendwie stand das hier in diese Richtung ausgeschildert, aber es scheint trotzdem nicht richtig zu sein. Musik Über die Straße in diesem Ort. La Romantica 2. Oder ist es Uno? Ne, Dos ist hier, ne? Uno war schon. Sind wir schon vorbei. Und ja, wir hoffen, dass es jetzt gleich nochmal schöner wird. Laut Wanderführer soll es gleich nochmal eine schönere Strecke geben, die halt wieder nach einem Wanderweg aussieht und auch an der Küste entlang und an einer schönen Bucht. Mal schauen. Wir sind definitiv wieder auf dem richtigen Weg. Musik Wir haben gerade überlegt, wie geil es wäre, wenn man hier überwintern würde, wenn man quasi jeden Monat auf einer anderen Insel wäre und dann immer einen Monat Zeit hätte, um die Insel zu erkunden bzw. zu erwandern. Musik Das wäre schon ziemlich geil. Also, lieber Chef vom Christian, ich bin da echt stark dafür, dass der zumindest mal bis der Krümel in die Schule geht, wo wir dann das nicht mehr machen können, dass der da für den Winter so ein mobiles Office bekommt. Das wäre schon ziemlich praktisch für uns. Musik Das ist mein ganz übler 50er Jahre Bau hier. Das sind wahrscheinlich die Hotels, die gerade hier gebaut wurden, als die Tourismusregion hier am Boomen war. Und die werden wohl hier jetzt immer die Landschaft verunschändeln. Verunschändeln? Ist das ein Wort? Ich glaube, es heißt verschändeln. Musik Musik Wir sind jetzt bei den hässlichen Häusern. Angekommen sind Gott sei Dank doch keine Hotels, sondern Wohngebäude. Ob es das besser macht, ist die Frage. Wohnen möchte ich da, glaube ich, auch nicht. Man hat zwar eine richtig tolle Aussicht, aber das war es dann auch eigentlich schon. Ich denke, wir sind jetzt schon wieder in Puerto de la Cruz. Ich glaube, der Wanderweg an sich ist jetzt vorbei und wir schauen jetzt mal, dass wir irgendwo vielleicht eine Kleinigkeit zu essen bekommen, weil mein Magen krummelt schon wieder so langsam. Wir haben doch falsch gelegen. Das ist tatsächlich ein Hotel. Das ist das Maritimhotel, was im Wanderführer als Startpunkt der Wanderung angegeben ist, wenn man die Wanderung in die andere Richtung macht. Musik Musik Wir haben uns jetzt gerade schon in ein Taxi geschnappt, weil da an dem Hotel war einfach gar nichts. Und ja, jetzt sind wir zurückgefahren zu unserem Hotel. Hier am Lodopark, das war so das nächste, wo man hätte hinlaufen können noch. Da wäre es wahrscheinlich auch schwierig gewesen, ein Taxi zu bekommen. Und wir hatten Glück, dass da gerade eine Taxifahrerin war, die gerade Gäste zum Maritimhotel gebracht hat. Und die haben wir uns dann gleich angehalten und die hat uns jetzt hergefahren. Hat jetzt 6,55 Euro gekostet, also war jetzt auch nicht so mega teuer. Und jetzt sind wir wieder im Hotel und jetzt wollen wir mal so ein bisschen entspannen nach der Wanderung. Und wir haben uns jetzt gleich mal noch an den Pool legen und noch eine Kleinigkeit essen hoffentlich, weil ich nämlich echt Hunger habe jetzt. Christian hat keinen Hunger. Ich habe immer Hunger, vor allem wenn ich wandern mache. Deswegen ja auch ein Tasty Hike. Hier gibt es aber kein Speckbrett. Aber dafür gibt es bestimmt was anderes Cooles. Und ja, dann wollen wir noch vielleicht ein bisschen schwimmen gehen und uns einfach mal entspannen. Und ich werde mal gucken, dass ich vielleicht den Laptop mitnehme und dann den ersten Block von der Anreise mal endlich schneide. Es hat leider nur noch Sandwiches gegeben, damit müssen wir uns jetzt zufrieden geben. Ich schneide gerade den ersten Block von der Anreise und Christian kümmert sich um den Krümel und wir genießen einen Wein und ein Bier. Und ja, die Sonne ist leider gerade ein bisschen weg und wir hoffen, dass sie gleich wieder kommt, damit wir uns dann vielleicht noch auf eine Sonnenliebe legen können. So, der erste Block ist geschnitten. Kann aber sein, dass ich den erst wieder hochladen kann, wenn wir in Deutschland zurück sind. Weil leider das Internet hier wahrscheinlich recht schlecht ist. Aber ich werde den Laptop nachher mitnehmen, wenn wir in die Bar gehen und das Ganze mal testen, was es dann sagt, wie lange es geht. Und dann kann ich entscheiden, ob wir das schaffen oder nicht. Jetzt gehen wir auf jeden Fall... Zehn Mojitos später. Was? Zehn Mojitos später. Ja, heute gibt es auf jeden Fall Mojito in der Bar. Habe ich ja schon gesagt, glaube ich. Und jetzt gehen wir zurück zum Zimmer und duschen und machen alles ganz entspannt. Dann geht es zur Bar und dann zum Abendessen. Die meinen es hier echt gut mit dem Alkohol. Vorhin haben wir ja den Mojito getrunken und da ist so viel Rum drin im Vergleich zum Rest von den Zutaten. Also es war schon sehr stark. Zum Glück haben wir diesmal nur zwei Mojitos geteilt. Und jetzt trinken wir lieber noch ein Glas Rotwein und ein Glas Bier, bevor wir zum Essen gehen. Und dann gibt es dann nach Wochen Wein beim Essen. Wir sind wieder zurück im Zimmer. Ja, es war ein super leckeres Abendessen mal wieder. Also es ist echt toll, dass es hier eine Auswahl gibt. Also können wir wirklich nur empfehlen das Hotel. Und ja, wir haben ein bisschen viel Wein getrunken und ich freue mich jetzt auf mein Bett. Ich freue mich auch, dass Christian heute Nachtdienst hat beim Kleinen. Und ja, dann sehen wir uns morgen früh wieder zu einem neuen Vlog hier. Wir werden um einen kleinen Vulkan rum wandern. Aber da berichten wir euch dann morgen nochmal genauer von, wenn wir dann noch unser Auto haben, was wir gemietet haben. Und wenn euch der Vlog heute gefallen hat mit der Wanderung an der Küstenstrecke entlang, dann gebt uns gerne einen Daumen nach oben und den Kanal könnt ihr hier in der Ecke abonnieren. Ja, und dann freuen wir uns auf einen weiteren Vlog morgen. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag, Mittag, Abend. Tschüss!